Ich krieg gar nichts drauf, weil ich nur ein Level hab. Okay, warte, dann fang ich mal hier mit an, vielleicht geht's dann besser. Haltbarkeit 1, hab ich... Ich krieg wirklich nur Haltbarkeit 1 immer? Bau den Tisch nochmal ab, der ist kaputt. Ich hab mir grad ne Picke gebaut. Hallo und willkommen zu einer Runde Minecraft Minigames, Mitarbeiter Dominik. Nein. Die gucken mich immer alle an, wenn ich am Spawn stehe und brenne. Ja, machen sie bei mir auch. Wo bist du? Äh, ich habe keine Ahnung, ich bin auf Berg. Auf Hügel. Ich wiss hier dich auch nicht an. Doch, da war's doch, warte. Ja, so. Alles klar, bleib stehen, wo du bist, ich komme zu dir. Okay, ich baue Holz ab. Mach was Sinnvolles. Ich seh dich, alles klar. Hi, ich bin neben dir. Nein, bist du nicht. Äh, ich laufe jetzt Richtung Schneeberg und gucke nach Nahrung. Okay, ich komme gleich hinter dir her. Wir treffen uns unten am Wasser, aber hier ist nichts viel mit Nahrung, ne? Hier sind ganz viele Leute. Ja, hier waren doch auch überall Schweine. Da war Kohle. Hier ist eine Kuh. Ich bin jetzt auf der anderen Seite von dem Wasser. Also Richtung Schneeberg, ne? Okay, Richtung Schneeberg. Da ist eine Kuh. Da ist ein Tittenfisch. Ach ne, Tintenfisch. Was soll ich denn mit dem Tintenfisch? Der Hunger töte, du keine Viecher. Lass uns weglaufen. Mach ich doch gar nichts. Ich laufe dir doch hinterher. Wenn das ne Theorie, ich könnte auch meine Enderperle nutzen. Na, da sind Schweine. Die würde ich aufheben. Hier sind viel mehr Kühe. Kühe sind geiler. Die bringen auch gleich mit Leder. Da kommen wir uns mal ne Hose oder so mal. Dann mach das so. Ich hol noch Holz. Wie viel Holz willst du denn holen? Nein, Moment, hab ich sechs. Bau hier lieber schon mal ein Crafting. Bau hier lieber schon mal... Hier, komm mal jetzt hierher. Was willst du denn von... Hier ist ein Stein, da kannst du gleich Dings bauen. Ich muss doch erst mal ne Workbench und ne Picke bauen. Achso, ich hab gedacht, hey, das ist schon so viel Holz. Ich hab genug Holz, aber... Ich wollte den Shit erstmal bauen. Weil da unten ist gleich ne kleine Höhle, da können wir uns erstmal ein bisschen unterstellen und so. Du bleibst dort stehen, ich töte noch hier das Chicken und das Ding. Du wirst mich doch wo wiederfinden? Ja, das ist ja immer so ne Sache. Obwohl, ich hab dich anvisiert, also mit dem Kompass, von daher. Ja, dann geht das. Dann könntest du mich eventuell sogar wiederfinden. Was soll das jetzt heißen? Naja, du findest mich doch sonst nie wieder. Du fragst mich mal, wo bist du hin? Ja, das ist wohl wahr. Du bist doch immer merkwürdigerweise verschwunden, ne? Merkwürdigerweise. Ich bin drei Meter weg von dir gelaufen. Oh ey, hier ist das reine Kuh-Paradies, ne? Ja, da wo ich war, war ein reines Schweine-Paradies. Hier ist, äh, Kohle. An der Oberfläche gleich. Cool, ich hol gerade Stallen. Was meinst du, wie viele Steine brauch ich denn? Ich treff die Kuh nicht, ich weiß nicht. Ein bisschen was? Okay, ich hab jetzt gleich 20. Warum sind eben die ganzen scheiß Kühe auf Bäume? So, äh, wo ist denn jetzt Kohle? Warte, wo bist du? Bleib das mal stehen. Ich hab dich, äh, gedingungslos getaggt. Okay, dann komm zu mir. Da hier ist Kohle. Warte, die Kohle ist weg doch da oben. Da oben. Wie soll ich jetzt da hochkommen? Mach den Kopf. Das war mir klar. Der Stein will nicht weg. Ich hab jetzt 15 Leder, ne? Ja, ist doch gut. Du bleibst dort, ja? Ich hol die Kohle gerade. Ach du Scheiße, ey, was geht denn hier? Wo? Hier sind nur Kühe, überall. There are cows, everywhere are cows. Wow. Und es werden immer mehr, die fallen von den Bäumen runter. Also, Theorie bestätigt, Kühe wachsen auf Bäumen. Scheiße, also kann ein Vegetarier dann auch ne Kuh essen? Ähm, also wir haben jetzt 40 Fleisch. Ich weiß nicht mehr, ob wir die braten müssen. 40 Fleisch? Wie so hast du denn? Das ist Kohle nicht abgebaut, was da war? Ich baue doch Kohle ab. Ach so, weil das... Ich höre jemanden, der Kuh tötet, glaube ich. Kuh tötet. Kuh tötet. Er ist noch ne Kuh. Das Schlimme ist, ich baue hier einen Block nach dem anderen ab, aber die bloppen einfach wieder auf. Das ist ätzend. Und bring mir kaum XP. Ich hab jetzt erst ein Level. Aber du hast doch schon ne Crafting Table, oder? Ja. Und die Picke ist fast kaputt. Hi, ich bin da. Kannst du eben aufstellen, da kann ich hier mal was hier aus Dings bauen. Was bauen wir denn? Erstmal zwei Hosen. Ich hab... Nee, ich hab keine Hose. Du hast aber ne Hose. Okay, da hab ich jetzt ne Hose für dich gebaut. Wo bist du hin? Bleib doch hier. Erstmal. Und bauen wir den Ofen, damit wir mal ein bisschen Fleisch braten können, vielleicht. Ich hab jetzt nicht gerechnet, jetzt hab ich halt nen Brustpanzer gemacht. Und jetzt hab ich noch sieben, dann mach ich noch ne Mütze, würde ich sagen. Mach wie du denkst. Ich weiß auch nicht. So. Ofen. Fleisch. So, kannst du den Verzauberungstisch aufstellen, da kann ich jetzt schon anfangen und Zeug für uns verzaubern. Mach ich, mach ich, mach ich. Willst du auch den Schwert? Hast du... Was hast du für ein Schwert, Stein, ne? Ja. Ja, ich mach mir jetzt erst auch mal nur ein Schwert. Ich hab nur Haltbarkeit, eins krieg ich drauf. Ich krieg gar nichts drauf, weil ich nur ein Level hab. Okay, warte, dann fang ich mal hier mit an, vielleicht geht's dann besser. Haltbarkeit eins, hab ich... Ich krieg wirklich nur Haltbarkeit eins, immer? Bau den Tisch nochmal ab, der ist kaputt. Ich hab mir grad ne Picke gebaut. Warte mal, ich mach hier mal ein bisschen dicht, nicht dass hier gleich was reinkommt. Hätt ich doch jetzt auch gemacht. So, auch wenn du jetzt schwert. Haltbarkeit eins geht nur. Oder bedeuten die Pünktchen, dass du da noch mehr kriegen kannst? Ja, das ist zufällig dann, aber... Naja. Verlass dich nicht drauf. Das heißt jetzt, ich soll da jetzt warten, bis da Schärfe steht. Ja, so in etwa. Irgendwie wird die Folge langweilig. Ich krieg nur Haltbarkeit eins. Wir sind recht gut equipped und sitzen trotzdem immer noch hier im Loch. Ja, ich mach jetzt hier Haltbarkeit eins drauf. Ich geh jetzt Tiere schlachten. Ich hab... was willst du denn noch an Tieren? Achso, wegen Dings. Wegen XP. Nenn es Deck Liederfüße, jetzt wird immer besser. Haltbarkeit eins. Schärfe eins. Ja, das ist doch was. Also ich bin jetzt... Ich bin jetzt gut verzaubert. Ja, ich... Ich hab wenig Level. Deswegen... Soll ich das jetzt hier erstmal stehen lassen? Nimm's mit. Warte, nee, du hast keine Steinpicke, ne? Ja, ich hab keine Steinpicke. Ich hab nicht mal Holz. Also ich lass es jetzt erstmal stehen. Hier wird ja jetzt kaum jemand reingehen. Ja, bin ich mir nicht ganz so sicher. Ich mach einfach Erde davor. Ich hab keine Erde. Ich mach einfach einen Stein davor. Da komm ich nie mehr rein. Bessere Frage, wo hast du den Stein her? Das ist eine gute Frage. Ich glaub, ich stand jetzt eben neben dir, wo du abgebaut hast. Das kann sein. Wie viele Leute sind wir denn noch? Oh, einige. Das Problem ist, äh... Mein Hunger ist groß und... Ja, dann komm doch her, wie als ob wir nichts zu essen hätten. Wenn du jetzt nochmal eine Sekunde wartest, kann ich hier noch was abbauen und dann haben wir gleich, äh... Kann ich dir noch was verzaubern, weil ich hab jetzt zwei Level voll. Okay. Also, wo war unsere Bude? Inner dem Baum. Du hast mich doch angepointet. Achso, du bist noch in der Bude. Jo. Äh, jetzt kommt jemand von links. Genau auf dich zu. Genau auf mich zu? Ja. Da ist er. Der ist Iron, der ist Iron, der ist Iron. Und ich kann nicht rennen, ich kann nicht rennen, ich kann nicht rennen. Oh, scheiße. Ich war zu langsam. Aber der hat mich auch getötet, obwohl ich Schärfe hab und scheiß verzauberte Rüstung. Das geil ist, er hat volle Herzen gehabt, ich hab ihn drei oder vier Mal geschlagen. Ich hab ihn auch einmal geschlagen, glaub ich. Ich will's aber nicht behaupten, ich hab das, seh das immer erst dann, wenn ich in die E-Dings guck. Ich hab ihn geschlagen, er hat geleuchtet und er hatte Rückstoß. Steht das nicht eigentlich hier? Gegner hat eins, zwei, drei, vier, er hat's nur noch bei mir gehabt, steht hier. Bei mir hatte er volle Herzen, als er mich getötet hat, und das obwohl ich ihn geschlagen hab. Keine Ahnung. Bullshit, man. Irgendwas spastet da rum. Naja, okay. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss. Adieu.